Willkommen zurück bei Unravel. Hoppala, nein, das war so jetzt nicht geplant. Ich hoffe, ich schaffe das nochmal. Die Schleuse denn aufzukriegen? Ich weiß ja nicht mehr genau, wie ich das mit dem Faden gemacht habe. Ich denke, total komisch da drum rum. Da, erstmal hier, damit ich überhaupt da hinten drauf komme. Okay, warte mal. Platsch. Wieso mache ich das eigentlich so kompliziert? Manchmal bin ich auch ein bisschen dämlich. Kann ich doch viel einfacher machen. So, du hast ja nicht gleich so gemacht. Und das kann ich doch auch viel einfacher machen. Pass mal auf. Wenn man dann auch den Baumstamm trifft. Hehehehe. Eieieieieiei. Eieieieiei. Eieieieiei. vag auf. So. Jawohl! Juhu! Geschafft! Ah, sehr schön. Ich bin darin fest, das heißt, ich kann mal hier unten gucken. Vielleicht kann ich runter. Dann, war da Wasser? Hört sich so an, okay. Dann gehen wir da oben weiter. Wird ja wohl mal gucken dürfen, oder? Und jetzt? Da ist nichts. Wird ich hier weiter? Okay, erstmal nicht. Wird ich hier weiter? Da habe ich das? Was? Okay. Kommt nicht mehr zurück. Boah, das ist aber... Das ist jetzt aber... Uiuiuiui. Zack. Komm, Faden einsammeln, Faden einsammeln, Faden einsammeln. Oh Gott. Schafft das? Schafft das? Oh. Ah. Okay. Ich... Da darf ich dann nicht mehr so doll schwingen, okay? Zack. Faden einsammeln, Faden einsammeln. Faden einsammeln... Faden einsammeln. Okay. Uiuiuiui. Au. Ach du Scheiße. Gut. Okay. Ei, 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 ei. Ah, um Himmels Willen. Jawoll. Das kann so einfach sein. Aha. Wartet mal. Oh, da ist nichts. Schade. Ich kann die Hand hier dann festmachen. Ja, aber... Wo? Das geht? Wow. Cool, das geht. Okay. Wollen wir hier mal los? So. Was hat mir das jetzt gebracht? Geh zurück, würde ich das kriegen, aber hier drüber nicht. Dann bleibt es erstmal da. Ja. Ist das hier nicht drüber? Nee. Hm. Okay. Okay. Was krieg ich noch raus, was ich da machen soll? Aha. Ja. Haha. Was ist das? Das muss wohl hier drunter? Nee, das kann ich ja drunter müssen. Das muss jetzt hier drauf, ne? Jupp. Das muss jetzt hier drauf, ne? Boah. Boah. Okay. Okay. Wenn ich jetzt da runtergehe, komm... Ich komm wieder... Ja, ich komm wieder hoch. Aber hier unten ist gar nichts. Okay. Schade. Ich hatte ja gedacht, hier wäre es dann wenigstens... Oha. Schade. Hopp. So. 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 Ja, und hier unten ist was. Ja, und hier unten ist was. Ja, und hier unten ist was. Das macht ja irgendwie überhaupt keinen Sinn. Warte mal. Ich glaube ich hab... Was passiert denn wenn wir den... ah warte mal jetzt ich glaube ich glaube jetzt will ich was ausprobieren mal schauen ob das funktioniert wenn ich den hier hätte ich unten eigentlich nicht festmachen müssen aber egal we Achso, manchmal zählt das als festgemachter, manchmal nicht. Das ist... Woah. Wohoo. Hopp. Ay, ay, ay. Oh. Zack. Und raus ist da. Sehr, sehr schön. Das eigentlich gefällt mir jetzt nicht. Und das nächste Bild gefunden. Sehr, sehr schön. Aber eigentlich ganz gut voran. Oh, 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 oh. Oh. So. 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 ganz ruhig jetzt. wir schaffen das. so. 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 Und jetzt? Hüpp. Ah, sehr gut. Wo muss ich jetzt lang? Ich gehe mal hier gucken. Da geht es hoch. Boink. Mal in die andere Seite. Da kann ich hoch. Was haben wir auf der anderen Seite? Gar nichts. Na gut. Na gut. Na. Ich kürze das Dreck mal ein bisschen ab hier. Warte, warte, warte mal. Wenn ich den hier dran gemacht hätte, hätte mir das gar nichts gebracht. Okay. Obwohl, warte mal, ich könnte mal versuchen. Kann ich jetzt, äh, doch. Das könnte ich, ich könnte es auch dran. Ich hab ne Idee. Perfekt. Jawoll. Aber vorher, warte mal, fangen wir den hier oben mal ab, damit wir ein bisschen mehr Zeil haben. Da ist nichts. Dann gehen wir hier weiter. Besser. Okay. Und da müsste hier jetzt auch Ende sein. Hier liegt es nämlich. Und da ist jetzt, nein. Boah. Boah. Ich finde das fünfte fehlende Stück. Entgleist. Man kann sich ein... ein Leben lang sagen, was am Ende des Weges liegt. Oder man kann es selbst herausfinden. Es tut weh, jemanden gehen zu lassen. Aber... Oh Gott. Manchmal ist es notwendig. Ups. Halt, 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 wartet. Ich hab was vergessen. Genau. Aber die Landschaften... Der eine ist bestimmt die ältere Dame. Also... Die jetzt alt ist. Gut Freunde, würde ich sagen, das war's für heute. Beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Und ich würde jetzt erstmal sagen, bis dann. Und... Ciao. Ciao.